Jetzt habe ich geswitcht auf CPU, gerade hatte ich nochmal Grafikkarte getestet. Aber jetzt ist die CPU fast 100%, ne? Mit Spiel und Stream. 100% ist nicht schlimm, okay. Ich meine, ich habe damals auch immer über die CPU gestreamt, ne? Also zumindest GTA. Ich bin erst, seitdem ich wieder da bin, auf Dings gewechselt. Auf Grafikkarte. Aber warum? Aber warum macht er auf einmal unter der Grafikkarte dann Faxen? Ja, die Temperaturen sehen wir ja oben. 70 Grad, 68. Oben links. Aber warum macht er jetzt Welle bei der Grafikkarte, wenn ich da wobei streame? Ja, klar packt ihr das. Ich habe die ganzen Tage über die Grafikkarte. Ja, aber passt jetzt. Ich habe G-Sing auch ausgemacht. Mal gucken, beobachten wir. Konnichiwa. Hallo. Was ist das denn? Ich bin Curtis-San. Warum siehst du so geil aus? Da steht mir, ne? Tatsächlich, ja. Guck mal, man sieht sogar meine Hose, mein Schwanek. Dein Schwanek sieht man an? Ja. Bis gleich, Jungs. Was machen wir? Komm. Ich habe schon für dich auch Klamotten eingepackt. Was denn? Was? Aber Hilfe. Was Hilfe? Was haben wir dir jetzt vor? Ich habe nichts ungehört. Ja, du warst ja auch nicht da. Wir haben uns jetzt erstmal nur Klamotten ausgesucht. Um 21 Uhr treffen wir uns mit denen. Dann ist es dann weitere Besprechung. Aber mir geht es noch nicht so gut, ne? Nein. Uh. Nein. Ja, ich muss Apotheke auf jeden Fall. Schmerztablette kaufen. Ja, okay. Aber du wurdest doch alles schon behandelt, oder nicht? Ja, aber ich habe trotzdem Verband um Schulter. Ja, natürlich, aber das müsste auch langsam mal wieder abteilen, ne? Also mit so einem Dings Fertigwasserküttung. Wie lange ist das jetzt her? Drei, vier Tage, ne? Drei Tage, oder so. Also Montag? Was haben wir heute? Wir haben heute Donnerstag vier Tage. Der Donnerstag fast zu Ende. Komischerweise habe ich jetzt auch über die CPU keine ausgelassenen Frames mehr, oder? Aber was habt ihr jetzt geplant? Habe ich doch gerade gesagt. Ich bin ein bisschen durch den Wind, okay? Ja, ich merke das schon. Warte mal, jetzt ruft der mich wieder an, Alter. Mein Handy, ich hasse es. Hallo? Aber Chat, jetzt lübt alles wieder, richtig? Hallo? Geht wieder? Hallo? Aber wir haben keine Masken. Kaleb. Gut. Hier, Polen. Und, äh, ja, die CPU ist übertaktet über diesen Asus im BIOS, dieses Ding. Keine Ahnung, wie die scheiße da ist. Da kannst du so einen Knopf drücken. Ich glaube, dass das übertaktet ist. Nehmen die Euroleute, Hops? Ich habe jetzt einfach den Codierer gewechselt von Grafikkarte auf CPU. Ja, ich rufe mal kurz an. Ja, dieses Game-Mode-Kack habe ich angemacht. Habt ihr nichts? Okay, dann scheiß drauf. Alter, das wird schon einfach... Ah, ich habe so... Boah, Alter. Scheiß drauf dann, okay? Dann zieht die Scheiße da durch? Ah, warte. Läuft doch irgendwie wesentlich besser damit, ich muss dir ehrlich zugeben. Bevor ich die wieder vergesse... Bevor ich die wieder vergesse, wir können ja nachher... Wir können ja nachher... Ah, ne, wir wollen ja nicht keine Cops da hinlocken, ne? Egal. Ja, ich habe eine andere Idee. Wir machen doch gleich. Ich glaube, ich muss mal die CPU austauschen. Das Ding ist, guck mal... Wir haben ja letztes Mal versucht, so Waffen zu erpressen, ne, Curtis? Ja, und die haben mir nichts gegeben. Ne, die haben mir fast gar nichts gegeben, ne? Und jetzt wollt ihr euch den Ampfer wegnehmen? Ja. Boah, mein Telefon, Alter. Ja. Aber wir müssen keine Menschen schießen, ne? Ja, ja, aber der hat schon ein paar Mal gekauft, so. Und die Temperaturen sind doch bisher okay, oder nicht? FPS ist auch gut. Ja, aber warum... Warum redet man darüber, wenn jemand anders da ist? Ich... Ja, Bonzi, auf CPU. Na, ich glaube, da muss ein Reisen her. Der Kollege. Der dient nur für uns. Der dient nur für uns. Mehr nicht. Wenn ich jetzt irgendwelche Lecks habe, dann liegt er daran wegen Stadt reinfahren, ne? Ehrlich, so ein Sauhaufen, ne? Ich könnte schon wieder durchdrehen. Ey, ehrlich. Oh, ein Witz. Boah. Was ist denn... Könnte direkt neue Dinge kaufen. Der soll die Maske zurück... Äh... Okay, neue Masken holen. Oh mein Gott, ich hab so ein Déjà-vu, Alter. Oh mein Gott. Ja. Mr. Dark Leader, dankeschön für den Re-Sub im 9. mit Prime. Alles klar, ne? Neue Masken holen. Und Peggy, dankeschön für den Prime. Und 27. Und VR-Doppel-Z, dankeschön für den Re-Sub im 11. Ja, wir haben solche Idioten bei uns, ne? Erzähl mir was Neues. Der ein Dealer ist für uns, ne? Und die sagen... Und der Memo sagt so... Boah, Jungs, nehmt euch schnell die Klamotten und die ganzen Masken und so ne Scheiße. Wer sagt das? Wer ist denn da hinten drin? Memo. Soll ich dir mal was anderes erzählen? Ja. Gestern hat der... Der Elde mich von den Aldis angerufen, ne? Ja. Und hat gesagt, dass die gleich, äh... Zu dem Logan gehen, seine Gang. Mhm. Wollte Bescheid sagen, weil... Ich wollte eigentlich auf dem Dach gucken, ne? Ja. Was die so... Oh mein Gott! Was die so machen. Die anderen wussten heute von Bescheid und Soldi und so, ne? Mhm. Und weißt du, was die wollten? Die wollten mit allemal da hinfallen und zugucken. Bevor die Aldis überhaupt da waren. Boah, nur Hegel bei uns. Ich schwörde den. Nur Hegel. Memo ist sowieso absolut lost. Der ist einfach lost, der Typ. Der ist einfach lost. Ich mein' das so allgemein. Aber warum hab' ich 60 FPS hier, Alter? Halt's Maul. Das kann noch niemals stimmen. Ja. Komm' mit. Mann, bleib doch stehen hier. Konnichiwa. Ach, der Ninja ist auch heute wieder da. Konnichiwa, motherfucker. Was heißt Konnichiwa? Guten Tag. Ah, guten Tag. Ich grüße sie. Ich dich auch. Und arigato, Mr. Roboto. Ich komm' sofort wieder. Hallo, Sensei. Bruder, das fuck mich jetzt ab. 60 FPS, Junge. Aber Temperatur ist in Ordnung. Ja, ich hab' kein V-Singen an. Das hab' ich sogar ausgemacht. Ja. Aber irgendwas kann ja nicht stimmen. Weil die ganze Zeit hab' ich ja über die Grake gestreamt. Und jetzt auf einmal macht das Probleme. Welches Netz da hast du? Ich hab' glaube ich... Äh, B-Cry, Pure Power 10, 700 Watt. ATX-Igenwatt, glaub' ich. Was sagt die Rahmgeschwindigkeit im Taskmanager, wo seh' ich denn das? Geschwindigkeit, sagt die 2933, äh, MHZ. Wenn du das wissen möchtest. Aber das kann ja auch nicht sein, ne? Oder? Doch. Ne, ich hab' keine Grafikkantentreiber installiert. Ich hab' heute nur Rahmenspeicher neu reingemacht, 32 GB, vier Riegel und, ähm, neuen Monitor mit 240 Hertz und Netzteil. Ja, Grant, ich hatte grad auf, 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 ähm, Grafikkarte gestellt gehabt, also die Kodierung. Aber da sagt er mir, dass die Kodierung überlastet ist. Also OBS. Komischerweise. Warum auch immer jetzt. Vorher hatte ich nur zwei Regeln drin, ja. XMP-Barber ist wieder aktiviert. Du meinst dieses Profil für den Rahmen, ne? Ich glaube schon. Ich hab' keine Timings, Dings gemacht. Ich hab' einfach nur dieses Profil ausgewählt. Ja, ich hab' nichts mit dem und Laufen. Also nix großer Dings. Ist alles der gleiche Rahmen, ja. Viermal der gleiche. Ich spieh' fuller Dings. Ich spieh' fuller Dings. Wolverine, keine Ahnung. Ich hab' gehört, bei manchen Motherboards ist das so, dass er dann schlechter läuft, wenn alle vier belegt sind, anstatt nur zwei. Ich habe nichts mit dem und zwei Nej. Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' gehört, von dem und zwei. Ich hab' keine Ahnung. Also der ist auch 1080p, wenn er das ist, was du meinst. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Weil ich hatte, ich weiß nicht, wie viel FPS ich vorher hier hatte. Aber das Game fühlt sich auch so ganz komisch an. Aber das kann wieder an der Herzanzahl liegen im Moment. Aber ich kann den Jahrhundertakt noch 144. Um zu testen. Naja, fühlt sich halt immer nur clunky an. 100 bis 144 FPS hatte ich vorher, aber da habe ich auch über die Grafikkarte gestreamt. Aber warum macht die Grafikkarte jetzt faxen? Ah, ich habe gerade Runa getaktet auf 144 Hertz. Ja, ich gucke mal eben, ob ich Dings... Ich weiß gar nicht, ob ich den Codierer und TheFleak ändern kann. Ob das überhaupt was bringt. Aber das sehen wir ja jetzt. Aber anscheinend kann man das nicht. Okay, ich restarte nochmal scheiß drauf, Yolo. Bis gleich. Also ich restarte nur FPS. Was soll ich alles. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020